Liebe Norbert Live-Freunde, ihr könnt es erahnen wie wir heute sind, nämlich den neuen Royal Palast vom Teatrino, der Dinnershow. Lasst euch überraschen was es heute schon alles zu sehen gibt. Ich bin auch super gespannt. Kommt mit! Neben mir Patrick Berger, Geschäftsführer vom Teatrino und er wird uns jetzt ein bisschen was erzählen. Hier wird ja schon ganz fleißig gehämmert, gesägt, gebaut. Genau, also wir freuen uns sehr, Ihnen das neue Royal Palast vorzustellen. Wir sind jetzt gerade im Aufbau und haben Anfang Juni gestartet. Ende September machen wir alles fertig, sodass wir 26. Oktober starten will. Und das Selt, der Royal Palast, ist ja funkel-nagel-neu. Es wird eine absolute Premiere geben. So ist es, genau. Also nickel-nagel-neu sage ich jetzt nochmal. Und wir gehen sozusagen ein bisschen von dem Klassischen weg, von diesem Spiegelpalast. Und wir wollen ganz exklusive Ausstattung für unsere Kunden machen. Und das wird wirklich was, was ganz Besonderes. Das hört sich jedenfalls super spannend an. Ich bin schon neugierig, was aussieht, wenn es dann fertiggestellt ist. Wir werden auf jeden Fall immer wieder mal vorbeischauen und ein Update geben. Und ja, lass uns doch noch etwas rumgehen. Hier befinden wir uns im Eingangbereich, also von jedem. Und hier kriegen wir dann was. Also es gibt ein musikalisches Programm, Artisten-Show. Und es wird auf jeden Fall ein besonderes Musiker geben. Wir haben genau das neue Zelt hier. Es ist auch ein bisschen höher geworden. Ja, wir haben wenige Säulen, sodass die Sichtbarkeit besser ist. Ja. Und genau. Wir freuen uns auf dieses neue Show. Super gut. Super. Ich bin schon richtig gespannt. Ab wann muss ich schon lospacken? Ab 26. Oktober starten wir. Und am 28. Oktober starten wir. Und am 28. Oktober starten wir. Karten vorverkauf und läuft schon? Genau. Karten vorverkauf und läuft schon. Auf unserer Internetseite teatrino.org. Da können Sie die Tickets dann machen. Wunderbar. Ich komme auf jeden Fall bald wieder vorbei. Super. Ich freue mich drauf. Kannst den Zuschauern nur empfehlen. Super. 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 Super.